Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserem YouTube-Channel, heute zum Thema Zwangspensionierung im Beamtenrecht. Mein Name ist Simone Zervos, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kanzlei Zühl, Hermanns & Schlüter und eure Spezialistin für das Beamtenrecht. Heute befassen wir uns mit dem wichtigen Thema Zwangspensionierung im Beamtenrecht. Was ist eine Zwangspensionierung und vor allem, was könnt ihr dagegen tun? Die Zwangspensionierung ist einer der häufigsten Gründe, um einen Beamten vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze zur Ruhe zu setzen. Das kann auch gegen den Willen des Beamten geschehen. Problematisch ist hierbei, dass ihr große finanzielle Einbußen erhaltet. Was könnt ihr also dagegen tun? Zunächst ist es wichtig zu wissen, eine Zwangspensionierung ist gar nicht so einfach möglich. Der Dienstherr muss zunächst prüfen, ob ihr dauerhaft dienstunfähig seid und im zweiten Schritt, ob eine anderweitige Verwendung für euch möglich ist. Wenn dies nicht der Fall ist, kann der Dienstherr das Zurufsetzungsverfahren einleiten. Kommen wir nun zu den einzelnen Punkten. Wann liegt denn eine dauerhafte Dienstunfähigkeit vor? Das ist der Fall, wenn ihr aufgrund von körperlichen Erkrankungen oder auch von psychischen Erkrankungen über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten dauerhaft dienstunfähig erkrankt seid. Im zweiten Schritt muss der Dienstherr dann prüfen, ob ihr auch in der Zukunft, also dauerhaft dienstunfähig erkrankt seid. Dies nennt man in der Rechtssprache negative Gesundheitsprognose. Heißt konkret, der Dienstherr schaut sich an, wie lange wart ihr in der Vergangenheit dienstunfähig erkrankt und wie ist es mit eurer Dienstfähigkeit für die Zukunft bestellt. Hier muss der Dienstherr ganz genau prüfen, welchen Dienstposten übt ihr denn im Moment aus? Seid ihr für diesen Dienstposten konkret dienstunfähig? Seid ihr zum Beispiel Polizeibeamter und seid aufgrund einer Erkrankung an den Rollstuhl gefesselt? Dann seid ihr dienstunfähig. Für einen Verwaltungsbeamten sieht das aber vielleicht schon ganz anders aus. Er kann zum Beispiel aufgrund eines Rollstuhls weiterhin dienstfähig sein. Hier muss der Dienstherr eine Einzelfallprüfung vornehmen. Jetzt fragt ihr euch, wie wird denn die Dienstunfähigkeit beurteilt? Das wird nicht vom Dienstherr, sondern von einem Amtsarzt beurteilt. Dieser erstellt ein amtsärztliches Gutachten, das dann an den Dienstherr zur Verfügung gestellt wird. Wichtig ist hierbei, im Verfahren der Zuruhrsetzung erhaltet ihr mehrfach die Gelegenheit zur Stellungnahme. Unter anderem auch zu dem amtsärztlichen Gutachten. Deshalb empfiehlt es sich, dass ihr möglichst frühzeitig einen auf das Verarmtenrecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultiert. Wir können euch bereits in diesem frühen Verfahrensstaatung unterstützen und im besten Fall bereits im Verwaltungsverfahren eine Abwendung der Zwangspensionierung oder zumindest eine zeitliche Verzögerung für euch erreichen. Deshalb wendet euch an einen spezialisierten Rechtsanwalt. Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Verfügung. Kommen wir nun zurück zur Dienstunfähigkeit. Wenn euch das amtsärztliche Gutachten vorliegt, habt ihr die Möglichkeit, hierzu eine Stellungnahme abzugeben. Das solltet ihr nicht leichtfertig tun. Hierzu empfiehlt es sich, entweder, wie bereits gerade gesagt, mit einem Anwaltkontakt aufzunehmen oder mit eurem Hausarzt zu sprechen. Denn viele amtsärztliche Gutachten weisen nach unserer Erfahrung Fehler auf. Hiergegen kann man dann gezielt vorgehen und das Zuholsetzungsverfahren abwenden. Auch im weiteren Verlauf des Verfahrens kommt es nach unserer Erfahrung häufig zu formellen Fehlern. Zum Beispiel wird euch keine Möglichkeit zur Stellungnahme oder zur Anhörung gegeben. Das fachärztliche Gutachten ist falsch. Fristen werden nicht eingehalten. Oder ihr werdet nicht hinreichend informiert. Diese Voraussetzungen muss der Dienstherr in jedem Fall beachten. Wichtig ist hier, dass die Stellungnahme nicht nur zu dem amtsärztlichen Gutachten erfolgt, sondern auch zu dem Punkt anderweitige Verwendung. Hier kann ganz gezielt eine anderweitige Verwendung beantragt werden oder konkrete Verwendungsmöglichkeiten vorgeschlagen werden. Wichtig ist es auch in diesem Zusammenhang zu wissen, die Zwangspensionierung ist grundsätzlich das letzte Mittel. Hier gilt der Grundsatz anderweitige Verwendung vor Zwangspensionierung. Insgesamt ist es wichtig zu wissen, dass die Verfahren zur vorzeitigen Zuruhrsetzung häufig formelle Fehler aufweisen oder Fehler in den amtsärztlichen Gutachten. Hier empfiehlt es sich gemeinsam mit einem spezialisierten Anwalt und mit den behandelnden Ärzten eine medizinische, rechtliche Stellungnahme abzugeben. Wir wissen, dass das Verfahren der Zwangspensionierung für euch große finanzielle und auch persönliche Einbußen bedeutet. Daher können wir euch nur dringend empfehlen, frühzeitig einen spezialisierten Anwalt zu konsultieren und mit uns gemeinsam das Verfahren durchzuführen. Wir werden euch in der Sache beraten, auf das amtsärztliche Gutachten und den weiteren Verlauf vorbereiten und bei allen Fragen hilfreich zur Verfügung stehen. Wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt oder wenn euch unser Video gefällt, dann würden wir uns über einen Daumen hoch oder ein Abo unseres YouTube Channels freuen.